Grüß Gott, mein Name ist John. Ich bin zu Deutschland verbindet mit einer Vielfalt von Verbindungen. Erstmal, mein Urgroßvater stammt aus Baden und ist nach den USA in 1881 eingewandert. Ich war Panzeroffizier bei der US-Armee vor 25 Jahren. Erstmal war ich in Berlin, wo ich mit einem Panzer durch die Stadt gefahren bin und auch habe ich ein Stück von der Mauer mit einem Hammer genommen, selbst 1990. Ich war auch noch viermal in Deutschland bei der Armee, in Hessen zweimal und in Bayern zweimal. Ich war auch Lehrgangsteilnehmer in der Führungsakademie der Bundeswehr von 2003 bis 2005. Jetzt arbeite ich hier im Konsulat. Ich liebe Deutschland und insbesondere Bayern. Das war's.